Die Ausstellung des Kaisers Zeug im Innsbrucker Zeughaus ist zustande gekommen, weil wir im heuren Gedenkjahr nicht nur den Kaiser, sondern vor allem das Zeughaus hochleben lassen wollten. Das Zeughaus, ein Bau, den er um 1500 selber in Auftrag gegeben hat und er heute noch so dasteht, eigentlich wie damals. Die Ausstellung zeigt die Geschichte, die Baugeschichte und auch Geschichten zum Zeughaus und man kommt dabei in Räumlichkeiten, die man normalerweise gar nicht sehen kann.